Oh, der Krieg war, jetzt darf ich gerade schon sitzen, jetzt ist mir schön warm. Der Horn war mein Ohr und freut sich auf mein Rausch. Ich wusste, wo ich sitze, und ich salte noch aus. Der Toni und der Bernd, der Steffel und der Sepp, der Christian, der Charlie, die zieht's auch noch nicht weg. Der Reinrod, der Heinz, der Ulf und der Kurt, ja, eins drin von denen möchtet schon einen vor. Aber dring' geh' ich durch, oder geh' ich vor. Jetzt darf ich gerade schon sitzen, jetzt ist mir schön warm. Der Horn war mein Ohr und freut sich auf mein Rausch. Ich wusste, wo ich sitze, und ich salte noch aus. Jetzt kommt der Solo, auf diesen Strecken, das Ganze, ich müsste mit dem Schlafzeug auch mitstehen. Und zwar packt er seine Stecken, die er hat ausgeschenkt. Ich muss nicht namesen, ich muss nicht informiert, damit manatore und vorwürfen nicht� wtihverhalten. Es wird schon nach zwölf, und ich sitz noch da. Die meisten sind schon gegangen, zwei sind noch am Klo. Das ist ja auch scheiße. Wir holen das hin. Es ist live. In dem Fall komm immer ein freundlicher Applaus. Wenn Sie ein hübsches Knähtchen haben, wenn Sie das am Lange gleich, wenn Sie etwas zuwählen, wenn Sie das alles anwachen. Zwei Tabellen, Abstand sogar. Aber jetzt, so bringen wir doch da ohne. Jetzt ist ja noch nicht Schluss. Da geht er noch, der Kurtl. Ihr Bus zum letzten Bus. Aber dring ich doch nicht. Und ich geh nicht hoch. Jetzt seh ich grad schon sitzen. Jetzt sind's mir schon warm. Da hoch fährt mein Aldi, und freut sich auf mein Rausch. Ich geh weiß, wo was zwingt sie, und es darf ich noch aus. Jetzt bin ich der Letzte, kein Mensch ist mehr da. Ich boh' in der Nase, und danach steu' wie ins Klo. Jaaaa! Das war das Nebbergast-Tool mit einem super Heavy-Metal-Strick. Noch zum Schluss. Hier verabschiedet uns. Drei Klubrein-Senior mit dabei aber. Das haben wir dann noch ausgebrochen. Der Steff. Der Klick. Wie ist der Klick auch wieder? Albert. Albert, genau. Wir haben heute eine Autobahn-Aufgabe. Und der Roman Caramba aus Spanien. Obwohl er auch schaut wie ein Südschwede. Da aus Nebbergast-Tool. Da kostet jetzt eine zum Beispiel bloß noch 40 Euro Insignatur. Also, vier Zeichen. Danke zu filmen. Servus. Was? Hä? Ist der Strauß jetzt mal da? Ist der? Ist der? Ja. Ja. Sehen Sie es doch hier auf? Ich zieh den.